hallo und herzlich willkommen wir reisen zurück nicht zum vorzimmer sondern dämonen ruinen hin weil ich glaube da ist mit der weg zum durchrennen lieber weil ich bin ja falsch abgebogen wie ihr gesehen habt letzte folge ich habe blut gefunden mich hat ein schleim von oben attackiert und ich habe meine essos-plagons fünfmal aufgebessert fünfmal hatte schon fünf stück mehr angesammelt so na dann rennt ihr narren wohin 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 dahin nicht dahin dahin genau nicht dahin verdammt oh gott schon wieder okay jetzt weiß ich wohin dahin das war okay mecker 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 dahin glaube ich so ist das für mich nein nie warte das war ein anderer gang oh du dreck oh alter oh alter oh alter oha okay oha okay zum glück bin ich nicht hinterher gerannt zum glück habe ich mich gewundert warum die weg gerannt ist okay au die oh alles klar äh Nein! So! Aha! Ich habe Mausrat gedrückt! Ich weiß nicht! Äh, Mausratrat! Ich habe Eingriffstrasse gedrückt! Ich weiß nicht warum! Gut! Hier waren die Ratten! Dahin ging es, ne? Jo! Gut! Ich werde wieder aufgeregt! Achja! Die Frösche! Oh! 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 Und du läiste siehst! Oh! Oh! Oh ja! Und duivers! Oh! nein 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 oh gott ist das knapp oh gott ist das knapp Hilfe 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 Alter ich bin fast verreckt ich bin fast zu einem Monolithen geworden oh heiliger Monolith oh komm her mein Mundgeruch ist stärk nein warte da sind ja noch mehr okay Barta, warum auch nicht? Die sind nur längere Beine. Na, komm. Da bin ich noch keiner. Wo kommt man da hin? Oh. Oh, ein Moment. Ein Moment. Sag mir nicht, da ist noch so eine Wand. So eine, du weißt schon, magische Wand. Wie cool ist das denn? Ist der letzte Weg. Oh. Noch ein neues Spielstück. Geil. Äh, wo? Wo, wo, wo? Da. Witz und Intelligenz. Ich bin nicht schlau genug. Was macht er? Ruhiger Gesang. Ah, das ist ein Stab einfach. Okay. So. Ein Beschleuniger der Hexe. Ein, okay. Ein Beschleuniger der Hexe von Itzelith. Von ihren Töchtern. Da lange von dem Aufkommen von Chaos und Pyromanie verwendet wurde. Ah, okay. Mit dem Entstehen der Flamme des Chaos wurden die Hexen zu Zauberinnen und Schamanen nennen. Der Beschleuniger kanalisiert bei Zaubernden Glauben und erhöht die dunkle Zauberkraft. Oh. Erhöht die dunkle Zauberkraft. Mehr Schaden oder was? Ähm. Na? Ja. Okay. Bachzauber nur 60. Joa, der macht, der macht guten Schaden. Der macht 139 Schaden. Nicht schlecht für einen Zauberstab. Würde ich mal sagen. Das ist nicht so schlecht für einen Zauberstab. Okay. Was ist denn? Oh. Ist da noch was eigentlich? Nein, okay. So. Hello. With me. Ach nee, komme ich auch zu Winger. Äh. So. With me your love. Oh, warum? So. Genau. Jetzt wird's lustig. Äh. Erstmal, erstmal, ja. Ziehe ich Rüstung noch nicht an. Na, da oben war die Ballister. Äh. Feuerresistente Rüstung ziehe ich erst mal noch nicht an. Erstmal mache ich folgendes. Erstmal zertuch ich's mal mit Rüstung, okay? Da kommt's schon. Da kommt jetzt schon. Okay, renne, 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 renne. Renne, 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 renne. Oh Gott, macht das Schaden. Nimm das nicht selber um? Ah, der hat sich der zugebracht. Ich glaube, der hat sich der zugebracht. Oh, okay. Okay, die Lava, Heilige. Die macht doch mehr Schaden als erwartet. Alter. Uiuiui, okay, vergesst das. Vergesst das mit dem Zauber. Okay, nein. Vergesst das einfach. Ich sollte den irgendwie die Lava locken. Alter, ich bin ja wortwörtlich geschmolzen. Ich wurde... Was mache ich denn? Ich wurde... Oh Mann, ich wurde... Alter, ich wurde so schnell zu einem... ...metallbaren gegossen, einfach. Oha. Na, kein Zauber. Wie kann ich den wegmachen? Geht nicht. Wie kann ich entfernen? Ach, da. Ah, okay. Ui. Okay. Zurück zum Heilungszauber. Der ist nach wie vor... ...am besten irgendwie. Ich werde mal in Telsian. geht das eigentlich kann ich dann brauche ich nicht mal kann ich einen zauber wirken nein okay das war ich habe mir gerade überlegt der eisentyp ich war schwach gegen blitz und so also gegen pikachus ist die was ich meine halte ring da kann es genau ja ok so so genau was macht das ding nochmal eigentlich Ach ja, nein, bitte nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, nehme ich nicht. Okay, cool. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Also jetzt runterrellen und dann nach rechts abbiegen. Den Gang rechts nehmen. Please do not copyright dumpen. Please do not copyright ban me. Thank you. Nein. Mach doch einen Griff. Ach komm, Junge. Oh. Ich hoffe, ein Eldenring würde mir sowas nicht passieren. So. Oh, ja, danke schön. Yo. Oh, hallo. So, dann... Jo. Hier runter. Okay, ich beißt nicht. Dankeschön. Nein. Oh Gott. 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 Kurz geworden. Do you think what I'm thinking? Wo bist du? Komm her! Komm her, komm her, komm her, ich hab ne Klemo für dich, ich hab ne Klemo für dich. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. So, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, und so. Eins, zwei, drei, vier. Komm her, ich zie dich. Eins, zwei, drei, vier. So. Okay, die brauchen vier Schläge, dann sind sie tot. Zweihändig und einhändig. Wie sieht's da aus? Wo ist der andere? Hallo? Where are you? Komm her, I'm waiting for you. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich nehm zwei Hände ich lieber. Oh, der, was ich nehme. Hä? Das Schwert aus Schwarzen Ritter macht mehr Schaden als hier, oder? 160, 100, äh, 100, äh, 160, 220, ungefähr. Also sind's ungefähr 200, auch 20. Hä? Ich probier mal was. So ne extra Folge. Also, Abwicklung meine ich. Na? Ja, komm her, du. Spucknick. Okay, da gibt's das. Okay, da gibt's das. Das Ding macht keinen Schaden, das Ding macht keinen Schaden. Jawoll, jetzt bin ich klick. Mann. Ich hätte das andere Schwert nehmen sollen. Ja, komm. Wenigstens machst du mehr Schaden. Ich hab' das. Ich hab' das hier. Oh, nein, warum hier durchkommen? Das ist Pfeitschverschwindung, alles. Äh... Da waren noch zwei, das weiß ich noch. Hallo, kommt her. Double Trouble, nein, Double Trouble, oder wie das ging. Team Rocket, yo, hey. Ich habe mich gerade an Shetty und James erinnert, auf irgendeinem Grund. Ey, Ego. Ja, das ist in Ordnung, glaube ich. Auch Teichschläge. Na gut. Oh, ja, ich bin schon durch. Rückwechseln, Pferd und Schild. So, genau. Ah, ich hätte den Schildzauber nehmen sollen. Hätte ich gerade auch. Na gut, gut Glück, mal gucken. Ich habe da doch dein Schild, glaube ich, gesehen, oder? Oh, ja, ich habe da. Oh, Gott. Kann ich nicht... Mann, das gibt es doch nicht. Wie soll ich denn eigentlich kalt machen? Mal so, ernst gesagt. Oh Gott. Ja, 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 ja. Brenne. Okay, alles klar, soweit. Ich habe eine Taktik jetzt. Okay. Ah, komm her. Mann. Ich bin nicht in die Lava. 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 Ich habe gesehen, was das kann. Ja. Ich bin nicht in die Lava. 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 Oh ja. hier 2 noch besser auf irgendeinem grund ich würde okay hier 11 ok 25 bin ich gespannt wie ich aussehen werde weil das was das hat eine feuerabsorbierung von 13,9 ok warum auch nicht macht sinn irgendwie vielleicht ist das feuer fester stoff oder so keine ahnung 3,7 so noch besser natürlich ok ja lass mich raten der rock 7,5 vermutlich oh nein 7,7 ok ok 8,1 so wie gehe ich jetzt auf ah yes fashion souls habe ich ein items was mir die möglichkeit gibt auf lava zu laufen und stärkt kälte resistenz naja das ist ja heiß stärkt rüber gehen die feuerschadensmittlung ich habe nur zwei davon behalte ich doch noch lieber erhöht ich habe nur ein ich behalte es auch lieber ach ja mach hier und ja was ist der unterschied keine ahnung ich habe Okay. Okay. Hmm. 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 Okay. Folgendes. Ich komme wieder. Wenn nicht mit dem Schild. Das Schild ist nicht zu schwer. Äh. Wo ist mein Schild? Was sehe ich da? Oh, das Schild, da ist er ja. 4,5. Okay. Äh, gut. Nee, ich trock nicht von oben nach unten, glaube ich. Jetzt habe ich mich lieber. Sagte er, während er hoch ging. Äh, nein. Leiden? Dann renne ich einfach um mich. Was mache ich als nächstes? Äh. Ganz kurz, was ich hatte. Nein, den muss ich nicht. Hier, den muss ich. Darf ich nicht da? Was ist eigentlich da unten? Läuft da jemand? Was? Also, da lief doch gerade jemand. Wart. Da kann man hin? Okay. Warte mal. Wohin geht es eigentlich weiter? Da hoch zur Balliste oder? Ah, das ist eine Statue. Okay. Ah, das ist eine Statue. Ich war gerade kurz verwirrt. Hm. Hm, okay. Hm. Äh, ich musste... geradeaus, danach links abbiegen und dann nochmal links. So. Ich färg's. Das nächste links. Das. Ah ja. Pfeffer. Voll. Nice. So. Ja. Leuchtfeuer. Spende mir Wärme. Heile meine müden Knochen. Moment. So alt bin ich nicht. Ähm. Dann zieh ich wieder mal den Ring an. Äh. Über Schadensmiterung. Hier. Einstimmend. Zusätzlicher Zauber. Genau. Habe ich noch was, was Resistenz erhöht? Ich sehe noch von einem Zauber-Affekt zu Zauber-Wirkzeit. Okay. 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 Jetzt. Okay. Habe ich nicht so weit. Okay. Dann nehme ich mal wieder meine Hand. Auf der Ruhe. Nein. Warte, das knüpf nicht richtig. Ähm. So. Ja, interessante Logik, dass man um Pyramantie anwenden zu können, wortwörtlich sich seine Hand aus der Hose bewegen soll. Gut. Ja, komm, schnell, taube einstimmen. Äh, Blitzschweiß. Wesenfleisch. Ich hoffe, meine Logik stimmt. So. So, gab's noch einen Zauber, der... Ne, ich hab nicht genug Plätze. Der... Gastetensmacht, meine ich. Oh. Damit ist die Abwehr erhöht. Warte, gab's einen Zauber, der Abwehr erhöht? Außer vom Schild, meine ich. Ich glaube, nein, okay. Egal. Wir probieren's erst mal zu hoch. Und jetzt? Jawohl. Gupi, guupi, du. Da, 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 da. Da, 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 da. Na, 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 na. La, 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 la. Ich hab'n Ohrwurm. Mann. So. Hallo? Easy, gar kein Problem. So, dann nach links. Dann nach rechts. Ich hoffe, der Typ bleibt tot. Müsste ja eigentlich. Ich hab'n... So. So. Um schnell zu rollen, würde ich sagen, lege ich mal alles, was ich nicht brauche, jetzt ab. So, wie rolle ich jetzt? Ich glaube, ich rolle weit, oder? Ist das weit rollen? Ich glaube, okay. Ähm. Ich trink noch mal. Hier. Guts. Ja. Okay. Das bringt nichts. wie komme ich daran eisenfleisch bist du bist du schwer ich kaufe kein land zu folgendes versteckt unter nein Deswegen hat Wirkungszauber-Effekten eigentlich auch. Wirkungszauber-Effekten? Nein. Hab ich den Regen der Zauber-Verstärkung? Nochmal von vorne. Äh, nein, 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 nein. Wirkungszauber-Effekten enorm. Oh. Nein. Versteckte Wunder, das ist kein Wunder. So. Wirkungszauber-Effekten. Nein. Verkürzt. Nein. 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 Äh, ich weiß nicht. Schadensminderung bei geringem TP. Das könnte mehr Sinn machen tatsächlich. dass der ring könnte tatsächlich jetzt ja sie machen ich versuche es noch mal mit blitzschweiß und diesen ringen ohne wasser durchrechnen das wird lustig Oh! Oh! Kurz. Dann nach rechts, dann nach links. Ach ne, dann wieder nach rechts. Jetzt nach links. Genau. Und einfach durchrennen. So. Ich gehe da lang. Dann hier. Da. Hier. Gehe ich da lang. Ach so, das sind Schritte. Okay. So. Ah. Ja, die die. Oh, der kann nicht von oben runter... Ah, ne. Wurde, das ist hoch. Ich glaube, ich sterbe eher. Ich habe keinen Ring. Der mir weniger Fallschaden gibt, oder? Ich glaube nicht. Nein. Nope. Kein Federfallring wie in Minecraft, oder wo? Äh, gut. Dann Geron... Ah, ich trinke noch was. Dann Geronimo. Nein, nein, ich bin zu weit geholt. Nein, zu weit. Ich hatte es fast. Ich hatte es fast. Ich hatte es fast. Was auch immer das war. Okay. Ich muss mittelrollen, sonst roll ich zu weit. Äh, no. Warte mal. Okay. Okay. Äh, da schütt. Okay. Ja, da schütt. So. Ja, da. Ich schaue nur von hier. So. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sagen wir mal, zehn Steine bin ich vorwärtsgerollt. Zehn Steine. Jetzt. Mit Schwert und Schild. Äh, so. Jetzt mit Schwert und Schild. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, okay. Fangen sicher zu gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, okay. Gut. Okay. Aha, daneben. Aha, daneben. Eine, daneben. Eine, daneben, eine Technik. Eine, daneben. Wolle bitte nicht. So. Oh, danke schön. Dann. Dann. Warum? Warum zweimal so gut? Oh, Blut! Dankeschön. Jawoll, das erste Hammer. Nice. Oh. Jawohl, 30, gut. Jetzt. Dann nochmal und dann sind wir durch. Dann gehen wir oben beim schwarzen Ritter weiter. Schubsen ihn wieder runter, wenn es geht. Wenn wir nicht selber runterfallen. Und dann. Jetzt weiter zur Trinister. Aus der Luft. Wow. Okay, das war cool. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Oder soll's. So, dann da lang. Dann nach rechts. Dann nach rechts. Dann nach rechts. Und dann nach links. Und dann nach rechts. Und dann diagonal. Dann dann da. Dann nach rechts. Dann nach rechts. Oh. So. Äh. Äh. Rinken. Ich glaub ich komm von da. Okay. Okay. Da haben plötzlich meine Füße Feuer gefangen. Alles klar. Gut. Ach ja. Warte mal. Okay. Ich denke. Äh. Gut. Nein. Ich hätte vielleicht. Die Dinger erstmal ausziehen sollen. Ich will jetzt nochmal rum. Jawoll. Eigentlich geplant. Yeah. Yes. So. Heilige Flamme. Was bist du denn? Vorbeinstimmen. Heilige Flamme. Flamme dringt den Feinde ein und explodiert. Bitte. Was? Bitte. Was? Warte. Gegenstand. Info. Diese Pyromantie wird unter Wilden geleert. Flamme dringt den Feinde ein und explodiert. Kam ursprünglich in Zeremonien zur Läuterung von Unreinheiten zum Einsatz und erhielt dadurch ihren Namen. Okay. So barbarisch sie auch erscheinen mag, diese Pyromantie ist wie geschaffen für die wilden Pyromanten, die sich als Helfer Gottes betrachten. Mhmm. Da möchte ich sie mir doch gleich mal anschauen. Keine Sorge, dauert nicht lange. Danach ist die Folge auch schon vorbei. Okay. Ähm. Ich reise zurück zur... Ähm. Wie hieß die Burg? Zur Lothrich-Festung, glaub ich. Nein. Ähm. So. Dann gucken wir mal. Weiß. Nein. Ach komm, hier geht auch. Ähm. Ja. Danach ist die Schluss für heute. Morgen geht es dann weiter hoffentlich. Oh. Oh. Hallo. Okay. Oh Books. So. Ohohohohoohoho. Oha! 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 Wie cool ist das denn? Oha! 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 Ich bin so böse! Mann! Wo wollte ich denn? Mann! Soll ich das machen? Ok, daneben nicht, junge Mann! Ok, jetzt muss ich mich noch selber umbringen. Nein, gut! Ey, Leute, regt euch ab! Ok, daneben nicht! Mann! Das wollte ich nicht! Ich wollte das starten! Ne! Ah! Kann ich einen Trip machen? Nein! Ich wollte eigentlich einen Trip machen! Kann ich keinen Trip machen! Ja! 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 Das war das Ding! Ähm! Sehr gefährlich! Da muss man sich schon irgendwie anschneiden! Aber gut! Äh! Das war das Ding! Ich wollte sagen, danke fürs Zuschauen! Endlich mal kommen wir weiter! Äh! Und ich schau mal, was wir mit der Balliste machen! Dann! In der Folge! Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen! Und tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bye! Bye!